Oh Gott. Ich sollte aber trotzdem ihn mal besuchen, fahren wegen der Kugel. Nichts sonst, ne? Nichts zu sagen. Okay, dann kann ich von hier aus fahren. Außenstelle. Ach, Quatsch. Das ist doch Pferdemist, was ich hier da mache. Da. Da. Donderwetter? Was ist das? Eine Bombe? Äh, keine Ahnung. Ich denke nein, aber Sie müssen für mich herausfinden, was es tatsächlich ist. Euer Wunsch sei mir Befehl. Kann ich noch irgendwas mit Ihnen? Fingerabdrücken, ja. Diese Fingerabdrücke schon fertig? Was heißt denn das schon wieder? Sie haben doch gerade erst angerufen. Ich werde gleich nach der Pause rangehen. Und mein Dollar? Ich will mein Dollar. Hey, wann bekomme ich endlich diesen Dollar? Ja, den... Wussten Sie, dass ich in Cleveland aufgewachsen bin? Nein, in Cleveland? Wirklich? Ja, und als Junge habe ich es immer als die Hölle angesehen. Haben Sie eine Vorstellung, wie kalt es in Cleveland ist? Kalt? Ich würde sagen, es ist heute sehr kalt in Cleveland. Aber nicht so kalt, dass es zufriert. Ne? Also er hat Cleveland als Hölle gesehen und nicht so kalt, dass es zufriert. Okay, das ist wirklich ein nettes Wortspiel. Muss ich ehrlich zugeben. Tja, dann haben wir jetzt das und das. Und was nun? Nochmal zurück zu Tarakan. Ja, ich versuche die nochmal anzuquatschen. Vielleicht hat die ja was herausgefunden in der Zwischenzeit. Hä? Ging es hier nicht irgendwo hoch? Ach hier. Ging es hier. Ging es hier. Okay. Das würde mich ja mal interessieren. Also hilft er mir auch übers Telefon. Sonst würde ich da jetzt hinfahren. Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter des FBI Büros in Seattle verbunden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können leider keine Nachrichten für Armistad Shanks hinterlassen werden. Ihr Name, Ihre Telefonnummer und Ihr Anruf sind aufgezeichnet worden. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören? Ne, das ist ja unfreundlich. Okay, dann schließen wir das. So mal überlegen. Ganz unten war ich. Die zwei Räume habe ich auch angeguckt. Und hier oben. Und sie möchte mit mir nicht reden. Dann fahre ich doch einfach mal in die Außenstelle. Ja. Oder ist hier noch irgendwas Neues gekommen? Ne. Okay. Dritter April. Was hat man am 3. April 96 gemacht? Ach, keine Ahnung mehr. So, nee. Ist mein Partner da? Der ist auch weg. Okay. Ich könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, hey. Lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Sie haben vermutlich auf der Tarakan was übersehen. Der Rest davon sieht ziemlich gut aus. Okay, also doch. Okay. Kann ich nicht von hier? Ja, aber er hat gesagt Aufdeck Tarakan, also nicht hier draußen. Kommt mir so ein bisschen vor wie ein Wimmelbildspiel. Suchen, suchen, suchen. Okay. Okay. Und ja, dann gehe ich nochmal in den Maschinenraum oder was das ist. Guck dann nochmal hier gründlich nach. Okay. 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 Gute, äh, ich hätte fast gesagt, Polizeiarbeit. So. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kann ich hier irgendwie was aufnehmen? Okay, mit dem Adler hat das also nichts zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöne die Musik. Okay, gut. Hier ist also nichts. Okay, hier sind noch die Kisten. Okay, gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020